Hier spricht Dr. Joan Telles aus den Vereinigten Staaten, Planet Erde. Kann mich jemand hören? Ist jemand da draußen? Wir haben Rückkopplung. Versuchen wir es auf einem anderen Kanal. Hallo? 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 Hier spricht Dr. Joan Telles. Was hat das so bedeuten? Ich verstehe dich nur persönlich. In diesem unendlich großen Universum, das mehr als 13 Milliarden Jahre alt ist, ist ein Duplikat unserer Erde entstanden. Wir alle haben ein zweites Ich da draußen. Und nun fragt man sich, ob dieses andere Ich dieselben Fehler gemacht hat wie man selbst. Und ist das andere Ich besser als dieses Ich? Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Es geht um eine junge Frau. Sie tut etwas Unverzeihliches. Sie will um Verzeihung bitten, aber plötzlich hat sie Angst und lügt. Sie hofft, sie könnte sein Leben ein bisschen besser machen. Es war wirklich nur ein Versuch, weiterzuleben mit dem, was ich getan habe. Bitte geh nicht. Du weißt nicht, was dich dort erwartet. Deswegen will ich gehen. This is a place Another Earth That I call my home Demnächst nur im Kino Demnächst nur im Kino Tal Folgen Sperca Sperca